Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Nehmt den Helm nicht ab und zückt das Darksaber und willkommen zum Finale von The Mandalorian Staffel 3 Episode 8 mit dem Titel Die Rückkehr. Ich bin Christopher und an meiner Seite abermals Sci-Fi-Coryphäe Britt-Marie. Ich freue mich sehr mit dir hier das Finale besprechen zu können. Hallo, ich freue mich auch. Ja, diese Episode abermals auch inszeniert von Rick Fabujima und da war ich schon erleichtert, als ich das las, weil bei dem Mann ist man einfach in guten Händen. Jede Episode, die er inszeniert hat, ist immer eine formschöne, geschliffene Sache, die einfach gut aussieht, einen guten Spannungsbogen hat. Der Mann hat es einfach drauf und liefert neben Bryce Dallas Howard, finde ich, immer die besten Episoden der Serie ab und ich hoffe, er bleibt uns da noch lange erhalten. Ja, kann ich nur bestätigen. Es war ein tolles Finale, fand ich, um das schon mal vorwegzunehmen. Ja, ich war auch rundum zufrieden und auch mit dem Ende ein wenig überrascht, aber da nehmen wir wohl zu viel weg. Darum jumpen wir sofort in die Action, denn diese Episode tut das auch. Der Angriff ist im vollen Gange und die Mandalorianer flüchten durch die Katakomben, nachdem Mando vom Rest der Gruppe getrennt wurde und die Überzahl an, wie soll man sie jetzt eigentlich nennen? Es sind ja nicht mehr Dark Trooper, die sind ja jetzt weiß. Ja, weiß ich nicht. Moff Gedeons Army, I don't know. White Trooper, Beskar Trooper. Sag nicht einfach nur Trooper. Trooperei. Ja, da sind wir neutral, sind wir neutral. Gut. Hier, sie flüchten und der eine Mandalorianer, du hast es immer so gut mit Namen, ich bezüglich nicht, was Nebenfiguren betrifft, aber da war ja nun mal der gute Mann, mit dem Bogatano das Darksaber gekämpft hat. Ex-Woof. Du weißt ein Stück wieder, wie er heißt. Ex-Woof. Okay, okay. Er fliegt nach oben zum Butterschiff, um die anderen zu warnen. Denn Moff Gedeon startet jetzt den ganz großen Angriff. Er aktiviert sämtliche TIE-Bomber und es geht richtig los. Aber wir sehen zuerst wieder Mando. Und da wurde ich wirklich, bekam ich erst schon mal wieder eine positive Bestätigung, gleich zu Beginn der Episode. Denn als Mando am Ende der letzten Episode gefangen genommen wurde, habe ich gedacht, oje, wie ne. Jetzt ist er die ganze Zeit nicht fort, aber wir sehen ständig wahrscheinlich ihn, dann sehen wir die andere Gruppe, dann sehen wir ihn, dann sehen wir die andere Gruppe. Und er bleibt in Gefangenschaft und das zieht sich wahrscheinlich in die nächste Staffel rein. Aber dass wir dann einen schnellen Kampf mit ihm, den beiden Troopern haben, in dem dann auch noch Grogu eingreift und er ist wieder frei, war so, ach gut, ich hätte jetzt wirklich keinen Bock auf Mando in Gefangenschaft, das in einen Cliffhanger mündet. Ja, erstens das. Ich habe mich natürlich gefragt, A, wird irgendwer Wichtiges sterben? Das war meine Frage vor dem Finale. B, wird Mando seinen Helm abnehmen müssen? C, werden wir ihn überhaupt in dieser Folge zu sehen kriegen? Das waren so drei, und was wird mit Grogu so? Und natürlich, klar, Bo-Katan und die Mando-Loreala. Also, äh, einen Großteil der Fragen habe ich ja beantwortet bekommen. Aber das waren so meine, äh, Gedanken, wo ich dachte, äh, wer weiß, vielleicht stirbt jemand Wichtiges und so, hm. Also, dass natürlich Mando nicht stirbt und auch Grogu nicht stirbt, das war mir relativ klar. Die halten ja die Serie am Laufen. Aber ich hätte ihnen auch durchaus zugetraut, dass sie, ich weiß nicht, die Armorer oder irgendwen halt raushauen. Bo-Katan schon eher nicht. Aber, ja, so irgendeine halbwichtige Figur. Und ich meine, gut, sie haben ja letzte Woche, ja, wie hieß er, unseren Freund über die Ja, genau, danke. Unseren Freund über die Figur springen lassen. Ja, naja, gut. Ich glaube, damit war die Sache aber auch abgedeckt. Du hattest diese wirklich emotionale Sache mit Pass Wissler in der letzten Episode und da hat man sich gedacht, dann gibt es keine, kein Gedrücker auf die Tränendrüsen im Finale, weil, das hatten wir jetzt schon. Aber ja, die Gefahr bestand natürlich, die Gefahr bestand enorm. Ja, der Fight ist im vollen Gange, in der Luft und auch am Boden, denn wir haben quasi einen kleinen Callback zu Episode 4 eigentlich. Denn Mando kontaktiert R5 und sagt ihm, du musst dich in die Basis einhacken, mir einen Plan geben und du musst diese Schilde ausschalten. Es hat also ein bisschen was von R2-D2 und der Müllpresse und so weiter, finde ich. Ja, und ich fand es halt auch einfach wirklich großartig, dass hier R5 zum inoffiziellen Helden geworden ist, der ganzen Geschichte. Denn wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, dass Droiden, jetzt musste ich gerade überlegen, nicht Androiden, sondern Droiden, in der Regel ja doch sehr stiefmütterlich behandelt werden in diesem Universum. Und dass dann R5 eben, der ja eigentlich es gewohnt auch ist, in Anführungszeichen in der Rebellion zu sein, da tatsächlich zum kleinen Retter in der Not wird, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Vor allen Dingen, man hat auch gesehen, R5, das hatten wir ja in der Folge 4, als Mando ihn rausgeschickt hat, um Proben zu holen. Der ist ja doch ein kleiner Schisser eigentlich irgendwie. Und hier hat man auch gesehen, er flog dann da so in den Stützpunkt rein und rollte dann so an die Kante und guckte so runter und dachte sich wahrscheinlich auch, ich wünschte, ich hätte vielleicht, keine Ahnung, Küchenroboter gelernt oder so. Also es war schon ganz nett. Stimmt, weil R5 wirkte wirklich ein bisschen zu ängstlich in der Staffelpremiere und dass er hier einen Moment bekommen hatte, dem er scheinen konnte, war sehr gut. Ich meine, hat sogar der kleine R5 eine Art Bogen bekommen in dieser Staffel. Das ist wirklich, wirklich nett gemacht. Und vor allen Dingen haben sie da mal etwas gemacht, was nicht unerwähnt bleiben sollte. Denn es gibt so viele Kleinigkeiten im Star Wars-Universum, die wirken manchmal nur wie Eye-Candy oder wie ein kleiner Side-Gag und du fragst dich, wo ist der Sinn dahinter? Und hier haben sie quasi einer unbedeutenden Sache einen Sinn gegeben. Wir erinnern uns, diese kleinen, fast schon Haustier-artigen Fahrzeuge, die immer auf imperialen Basen rumfahren. Wir kennen das auch aus Episode 4, wenn sie da Chewbacca abführen und dann kommt so ein kleines Gefährt ihm entgegen. Er brüllt es an, es dreht sich verängstigt um und fährt wieder weg. Und ich habe mich gefragt, was sind das für Dinger? Warum fahren kleine Spielzeugautos durch den Todesstern, nur um die Stormtrooper zu belustigen? Und jetzt stellen wir fest, die haben tatsächlich einen Sinn. Sie können scheinbar Störsignale abliefern, um Druiden zu behindern oder komplett auszuschalten. Denn das macht diese eine Kleine mit R5 daraufhin. Ja, und vor allen Dingen, man denkt sich ja noch so, so ein kleiner Roboter, der ist ja voll harmlos, da stolper ich einmal drüber und gut ist. Und dann kommen die aber in mehreren und ich glaube, dann wären sie gefährlich, wenn sie sich zusammenscharren. Da kam er dann auch gleich fünf oder sechs angefahren, um sich auf R5 zu stürzen. Aber es waren zumindest noch wenig genug, dass er sagen konnte, ist mir alles egal, ich fliege jetzt einfach wieder heim. Ja, und er hat den klassischen R2-Trick gemacht, fährt den Schocker aus, zip und daraufhin kann R5 die anderen Energiefelder ausschalten, was eine extrem coole Fight-Sequenz ist. Ich meine, wir haben nicht so oft One-on-One-Fist-Fights mit Mando, aber wenn wir sie haben, sind die immer ziemlich cool choreografiert. Und wenn man bedenkt, dass diese Anzüge, auch wenn sie natürlich nicht echtes Metall sind, aber doch ziemlich schwer sein müssen. Und wie er sich dadurch bewegt, die Kicks, die Punches, die Drehungen, wenn er dann da versucht, die Guards, die Troopers zu entwaffnen. Also die Fight-Choreografien sind immer wieder großartig, weil ich kann mir vorstellen, für die Stunt-Leute, es muss unglaublich schwer sein, sich darin gut bewegen zu können. Ich glaube aber auch, dass das wahnsinnig Spaß macht. Ich hatte jetzt letztens ein Hintergrundvideo gesehen bei PK, gut anderes Franchise, aber da ging es eben auch um die Standkoordination von diversen Kämpfen, also klingonisch involvierten Kämpfen, wo auch ordentlich gefightet wird. Und da haben die wirklich gesagt, sie freuen sich, umso herausfordernder das ist und desto besser ist es. Und ich glaube, hier in diesem Fall haben wir ja auch Schauspieler, die da sich wirklich auch bemühen. Also ich kann mir vorstellen, dass ein Pedro Pascal da auch echt Schweiß und Tränen in diese Choreografie schmeißt. Es sieht auf jeden Fall immer großartig aus. Und zwei, drei Kleinigkeiten wollte ich noch sagen, und zwar am Anfang, als Mando von den Wachen hier abgeführt wird und dann eben wieder zu sich kommt und gegen die zwei kämpft. Da sehen wir ja, dass die nicht nur auch Beskar Armer haben, was wir ja jetzt letzte Folge erfahren haben, sondern im Grunde auch die gleichen Waffen wie die Mandalorianer. Denn der eine Wächter packt ja da den Feuerspucker irgendwie aus am Arm und der zweite wirklich auch diese Art von Lasse oder Seil, dass die ja auch oft irgendwie so rausschießen, um die Leute von den Füßen zu reißen oder wie in dem Fall jetzt hier in dieser einen Szene irgendwie das um den Hals zu schlingen und ihn zu würgen. Und dann dachte ich, oh verdammt, also wenn man die Leute dann jetzt mit ihren eigenen Waffen schlägt, ist natürlich schon doof. Wobei Mando ja ein bisschen durch den Wind war. Das ist also, so erkläre ich mir zumindest auch, dass er da nicht so hundertprozentig als Sieger rausging. Beziehungsweise, dass Grogu da eingreifen musste, was eine ganz, ganz wunderbare Szene war. Als Grogu dann dazwischen ging und nur meinte, no, no, no. Also dafür, dass er nur ja und nein sagen kann, ist es immer sehr effektiv von der Kommunikation her. Ja. Ja. Das war schon sehr schön, also dass hier dann der Sohn quasi den Vater in Anführungszeichen gerettet hat. Und ich finde es ja auch wunderbar, ganz ehrlich. Ja, Grogu kann jetzt eigentlich nur ja und nein sagen. Aber zumindest ist sowas ähnliches wie eine Kommunikation oder eine gegenseitige Kommunikation jetzt vorhanden. Vorher war das ja immer nur Mando, der mit Grogu gesprochen hat und Grogu immer nur so, hm, pie, 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 weißt du, oder irgendwie so. Und man dachte sich so, okay, vielleicht hat er es verstanden, vielleicht auch nicht. Und in diesem Fall kriegt er wenigstens ein Ja oder ein Nein. Das finde ich schon mal einen Schritt vorwärts. Ja, es war noch, es hatte in erster Linie einen komödiantischen Effekt, als das Gerät eingeführt wurde, aber dieses Mal wurde tatsächlich so Kommunikation benutzt. Komisch, dass man dann am Ende der Episode sich sofort wieder von dieser Idee trennt. Ich hätte gedacht, der Anzug bleibt länger bestehen, aber dazu später mehr. Ja, ich fand es auch interessant, dass Mando sichtlich Probleme hatte, sich da durchzusetzen, weil er gesehen hat, A, Beskar-Armer, B, Waffen, mit denen er vertraut ist und die man nicht so leicht außer Gefecht setzen kann. Vor allen Dingen, dass das Komische daran ist, wirklich, er kriegt die volle Ladung von dem Flammenwerfer ab, dass das Beskar das aushalten kann, ja, aber ich hätte mal gedacht, der Poncho geht zumindest den Flammen auf, aber nein. Natürlich nicht. Sehr schön auch, dass Grogu ihn dann löscht und er so, mir geht's gut, ist okay. Weißt du, so, nein, noch mehr Feuerlöscher drauf. Also es war sehr, sehr niedlich. Ich glaube einfach, dass Mando, der war ja bis 10 Sekunden vor dieser Fight-Szene ja noch ohnmächtig. Ich glaube, der hat halt einfach einen sehr harten Schlag auf den Kopf gekriegt und dann gleich 100 Prozent zu sein, ist vielleicht ein bisschen schwierig. Also so erkläre ich mir das quasi. Denn in der Fight-Szene dann später, wo die Kraftfelder ausgeschaltet werden, da ist er ja wirklich großartig. Und da ist natürlich der Vorteil, dass es dann immer einer gegen zwei ist. Also da ist Mando halt wirklich der Stärkere auch. Das sieht man ganz, ganz deutlich, wie er die da irgendwie wirklich kickt. Und da dachte ich mir auch so, siehst du, es ist scheißegal, ob du auch Beskar-Armer hast. Du musst halt auch, und die gleichen Waffen, du musst halt auch damit umgehen können. Und ich finde, das zeigt halt Mando. Man sieht, dass der halt gewohnt ist, seit Jahren eben in diesem Setup, in dem er da jetzt auftritt mit dem Beskar-Armer und mit den Waffen und den Feuerlöchern und was er da alles hat, halt damit umzugehen. Und dann ist er halt klarer Stärkere, immerhin in diesen Eins-zu-Zwei-Kämpfen. Also es war schon sehr, sehr episch. Ja, vielleicht ist das ja auch so von der Legierung oder der Anfertigung des Beskars so, dass es von außen erhitzt werden kann, aber irgendwie von innen nicht wärmer wird. Weil er müsste ja eigentlich kochen. Er hätte eigentlich von Grogu erwarten müssen, dass er einen ganzen Eimer über ihn ausschüttet oder gleich mehrere. Er müsste ja innerlich gebraten sein, aber nope. Wie, Logik. Logik. Das nehmen wir als Convenient einfach jetzt mal hin. Was ich noch ganz nett fand war, in dieser Folge geht es ja doch auch sehr um die Beziehung zwischen Mando und Grogu, als dann Grogu ihn ja gerettet hat und die beiden sich dann auf den Weg machen, auch eben Richtung diesen Fight-Szenen mit den ausgeschalteten Kraftfeldern und so weiter. Da sagt er zu ihm, du musst mutig für mich sein. Wir können nicht weiter wegrennen. Wenn wir Moff Gideon jetzt nicht ausschalten, dann wird das Ganze niemals enden. Bist du dabei? Are you with me? Und ich dachte nur so, wow, ich kann ja jetzt Grogu vom Alter immer sehr schlecht einschätzen. Also ich würde sagen so zwischen Kind und Teenager irgendwie. Und das ist aber wahnsinnig. Also erstmal ist es sehr straightforward. Gut, das ist natürlich Mando, der ist immer sehr straightforward. Aber das halt den Grogu so an den Kopf zu schmeißen und zu sagen, du musst jetzt mutig sein, wir müssen Moff Gideon ausschalten. Ganz ehrlich, ich wäre umgedreht und wäre direkt wieder raus. Also das ist schon sehr mandalorianisch einfach so dieses, sich den Situationen stellen. Und das ist natürlich auch ein Vorleben eines Lebensstils, das ja hier in dem Fall dann also der Meister, dem Lehrling quasi vorlebt. Und das fand ich schon sehr, sehr toll. Das hat mir sehr gut gefallen, so wie er da damit umgegangen ist. Er hat es in erster Linie aus Sorge gesagt, weil er ihm vielleicht auch die Möglichkeit geben wollte, da nicht mitzumachen. Denn natürlich hätte Grogu mitgemacht, Grogu würde ihm überall hin folgen. Aber die Tatsache, dass er das trotzdem zu ihm gesagt hat, ja, das fand ich auch einen netten Touch. Anstatt einfach sofort weiterzuziehen und weiterzukämpfen, sich hier einen Moment zu nehmen und auch selbst mitten im Schlachtgetümmel immer noch ein Daddy zu sein und zu sagen, Kleiner, das wird jetzt echt hässlich. Bist du dabei oder nicht? Ja, das stimmt, das war ein netter Touch. Die Fürsorge, auch dann hört die Fürsorge bei ihm nicht auf. Der beste Dad im Star Wars-Universum. Natürlich. Diesen Titel hat er schon seit einiger Zeit und er hat ihn wirklich verdient. Auf der anderen Seite braucht es viel, um, Spoiler, Darth Vader zu schlagen, also ich glaube nicht, oder? Also ja. Aber er ist kein guter Dad. Ja eben, sag ich ja. Braucht es viel, um Darth Vader zu schlagen? Nein. Aber nichtsdestotrotz bin ich natürlich bei dir, klar. Ja, ja. Best Dad by Default. Ja, ja. Nach der Kampfszene, nachdem er sich ja da so vorgearbeitet hat, landen sie ja in einer Kammer oder in einem Raum, wo wir ja dann lauter Moff-Gideon-Klons begegnen. Was sagst du dazu? Ja. Zunächst einmal, wir sehen außerhalb ja dann noch, wie Woof ankommt, im Mutterschiff alle warnt und den Kampf aufnimmt, während sich die TIE-Bomber ja auf das Schiff stürzen. Aber ja, darüber, das ist interessant. Wir kriegen tatsächlich eine Antwort, muss man mal bedenken, eine Antwort auf eine Storyline, die sich eigentlich seit Staffel 1 durch die ganze Show zieht. Die Klone, die angefertigt wurden von dem Blut, das Dr. Pershing von Grogu extrahiert hat. Jetzt wissen wir auch tatsächlich, was es ist. Und ich weiß irgendwie nicht ganz, wie ich das finden soll. Denn meine erste Vermutung war immer, man fängt an, die Sequel-Trilogie vorzubereiten. Es geht um Snoke, es geht um den Imperator, es geht um das Anfertigen dieser Klone. Und jetzt, nach drei Staffeln, endet diese Storyline praktisch mehr oder weniger in einer Sackgasse und wird komplett aufgelöst. Denn es sind einfach nur Klone von Moff Gideon selbst, die halt machtsensitiv sein sollen. Ich bin von diesem Reveal ein wenig unterwältigt. Ich hab gedacht, allein für das Worldbuilding wäre das was sehr viel Größeres, was man damit vorgehabt hätte. Okay. Ich fand's okay. Ich fand's, mich hat's nicht gestört, dass das jetzt so einfach abgeschlossen wurde. Aber ich kann verstehen, da ist natürlich eine Erwartungshaltung geschürt worden. Einfach, weil es seit Staffel 1 die ganze Zeit eine gewisse Rolle gespielt hat. Man sich eben gefragt hat, wo führt das hin? Wo führt das hin? Auch die ganze Nebenstory mit Pershing. Da frage ich mich jetzt. Die hatten wir ja jetzt hier in dieser Staffel. Da hatte ich mir ja gedacht, das führt noch irgendwo hin. Und das führt ja im Grunde jetzt auch nirgendwo hin. Dass der verantwortlich war für die Klon-Experimente, das wussten wir auch, bevor wir diese ganze Episode im Grunde über Pershing und seinen sukzessiven Tod dann hatten. Also ich frag mich, warum wir das überhaupt so bekommen haben. Ja, es ist so ein bisschen, es fühlt sich so ein bisschen an, aber das ist dann eher vielleicht auch was für eine Staffel-Recap, dass da es so ein bisschen unausgegoren war, was das Pacing und auch die Storys an sich angeht in dieser Staffel. Jetzt wissen wir natürlich nicht, wie viel Setup es da schon gibt für zukünftige Staffeln oder auch wie viel davon in die anderen Serien überschwappen wirbt. Aber ja, jetzt wirkt es ein wenig Schulterzucken. Du ruft es ja vor. Ja. Weil du hast diese komplette Episode für Dr. Pershing und du hast jetzt diese Auflösung von der kompletten Klon-Thematik und du denkst dir, wenn die da jetzt nichts mehr in der Hinterhand haben und in Mando Staffel 4 geht es irgendwie um komplett andere Dinge und ja gut, es wird um komplett andere Dinge gehen, das wissen wir ja schon mehr oder weniger. Aber die müssen Dr. Pershing nochmal zurückholen. Das kann ja wohl nicht angehen. Da wäre das ja wohl die dreisteste Füller-Folgen-Verarsche überhaupt, wenn man ihm so viel Raum schenkt und dann ist jetzt die Storyline mit ihm, mit der Zerstörung der Klone auch komplett abgeschlossen. John Favreau ist bei weitem nicht der strukturierteste Writer. Liebe Grüße an Dominik, wir beide zerreißen John Favreau's Writing immer liebend gerne in der Luft, aber das kann es wirklich nicht gewesen sein. Ich fand noch ganz interessant, Grogu schaut ja dann den einen Klon von Moff Gideon ja noch an und der öffnet ja dann die Augen und dann eben dieses wirkliche Erschrecken von Grogu, der so einen ganz spitzen Schrei ausstößt und man sich kurz fragt, warum öffnet dieser Klon die Augen? Und du sagst es ja, aber wir erfahren ja dann später, dass er machtsensitiv ist und ich könnte mir vorstellen, dass da irgendwie gegenseitig vielleicht auch die Macht gespürt wurde irgendwie, dass deshalb der Klon vielleicht reagiert hat in irgendeiner Form. Wie bewusst ist da eine andere Frage? Aber nichtsdestotrotz ist es ja dann am Ende eh egal, weil Mandur hat sie ja zerstört, alle Klone. Und ja, das dazu eine kleine Ergänzung noch zu Ex-Wuf, der ja dann das Kommandoschiff alleine in eine Schlacht gegen die Lufttruppen sozusagen führt, um da auch als Ablenkung zu dienen und die anderen Mandalorianer ja als Verstärkung nach unten geschickt hat auf den Planeten. Ich fand toll, dass in dem Moment, in dem Ex-Wuf da eben auf dieses Schiff gerannt kommt, der sagt nicht viel, der rennt rein und schreit, wir brauchen Backup für den Planeten, Bokatan braucht Hilfe. Und egal, wie viel Animositäten zwischen diesen zwei Gruppen herrscht, denn dass da ja nicht alles plötzlich von jetzt auf gleich so zusammenschmilzt, wie man sich das wünscht. Aber egal, wie viel Animositäten da sind, alle reagieren sofort und fliegen halt auf den Planeten runter, um Bokatan zu unterstützen und hinterfragen das auch gar nicht. Und das fand ich super, weil man da dann doch gesehen hat, dass offensichtlich doch so eine gemeinsame Loyalität in der Truppe herrscht in irgendeiner Form. Und das ist ja das, was die Amora gehofft hat, dass Bokatan eben in der Lage ist, diese beiden Gruppen zu vereinen und wenn es hart auf hart kommt, sie sich dann eben gemeinsam hinter sie stellen. Und das ist ja genau das, was wir hier sehen. Stimmt. Ich hätte auch noch irgendwie mit einem Twist diesbezüglich gerechnet. Du hast Mandalorianer, die sich auf die andere Seite schlagen. Du hast Streitigkeiten, die so sehr eskalieren, dass die so weit gespalten sind, dass du jetzt verfeindete, kriegerische Mandalorianer-Stämme hast. Aber damit ist es dann auch vorbei. Sie sind wieder eine Unit und sie funktionieren auch dementsprechend. Du hast dann auch eine großartige Fight-Szene in der Luft diesbezüglich, wenn die Mandalorianer ihre Jäger bemannen und dann hochgehen und es mit den Thai-Bombern aufnehmen. Das hätte ein bisschen länger dauern können, finde ich. Aber das war toll, oder? Ja, aber das hatte das Feeling der Filme. Wirklich. Immer wieder schaffen es diese Serien, sich zu Momenten aufzuschwingen, mit denen man auf der großen Leinwand bezüglich Star Wars vertraut ist. Und das war so ein Moment. Und ich denke mir, ja, jetzt eine ordentliche Luftschlacht. Die Episode ist schon zu kurz. Da hätte man noch mal fünf Minuten dranhängen können, von meiner Meinung nach aus. Aber ja, das ist einfach nur Star Wars-Porn. Einfach nur hier eine ordentliche Luftschlacht mit ordentlichem Geblasterer abliefern. Aber okay, er sah fantastisch aus einfach. Ich muss ja sagen, ich brauche ja nicht immer die große Action. Ich weiß, dass viele Star Wars-Fans das ganz toll finden. Und ich finde es auch toll. Aber ich brauche es nicht immer. Nichtsdestotrotz, gerade jetzt hier im Finale ist es natürlich super, dass wir wirklich auch so ein Action-bepacktes Finale bekommen haben. Das hat, finde ich, viele Dinge, die sehr glatt gelaufen sind, wo ich mir vielleicht storymäßig noch ein bisschen mehr kreative Twists gewünscht hätte, dann wieder rausgeholt. Wie eben die Tatsache, dass wir jetzt unter den Mandalorianern keinen Twist mehr hatten, sondern dass sich alle vereint hinter Bo-Katan gestellt haben. Aber es wäre natürlich spannender gewesen, wenn wir hier noch eine Zwischenszene gehabt hätten, wo es dann vielleicht noch mal zu einer Auseinandersetzung oder so kommt. Aber da wir das eben nicht hatten, hatten wir stattdessen dann eben diese epische Kampfszene. Das heißt, das hat das alles so ein bisschen wieder gut gemacht. Und genau das Gleiche auch mit dem Plot von Moff Gideon und seinen Klonen. So glatt sich das jetzt aufgelöst hat, der Kampf, der dann folgt zwischen Moff Gideon und dem Rest, TM, der hat es auch wieder ein bisschen rausgezogen dann. Vor allen Dingen hat man hier endlich mal wieder einen schönen Acting-Moment von Giancarlo Esposito. Er ist natürlich immer großartig in allem, was er macht, aber man muss zugeben, er kann natürlich hier schauspielerisch nicht so glänzen wie in Better Call Saul oder Breaking Bad. Das sieht hoffentlich jeder ein. Und hier hatte er wirklich einen wunderbaren Moment, wenn Manu ihm gegenübertreten will und er ist wirklich erkocht vor Wut. Und dann, und diese Klone hatten das, was ich nicht hatte, die Macht. Und du hast sie erstickt, bevor sie überhaupt ihrem Potenzial entfallen könnten. Das fand ich wunderbar, dass Giancarlo Esposito auch mal richtig wüten durfte für einen kurzen Moment. Es ist natürlich, wie es immer ist bei Star Wars, es ist halt alles immer so eine Note, also immer so, immer halt sehr, sehr episch böse, da gibt es kein Grau, aber das ist natürlich Star Wars. Star Wars ist schwarz und weiß, deswegen ist es schon Universums-appropriate, wie man so schön sagt. Ansonsten fand ich noch sehr schön, denn das hatten wir jetzt noch, bevor wir zu dieser, ich sag mal, epischen Schlacht kommen mit Moff Gideon, hatten wir noch die Szene, wo die Mandalorianer ja sich in die Höhlen retten, also bevor die Verstärkung anrückt, haben sie ja noch eben diese Höhlen, in die sie sich retten und die aussehen, wie man sich die Oberfläche von Mandalorianer vielleicht wünschen würde, nämlich alles ist grün und mit Wasser und Bächen und Leben einfach. Und da sagt ja dann eben auch, da sagen diese alten drei Mandalorianer, die auf dem Planeten eben geblieben sind, life persists all they need is room to grow. Also das Leben, das findet seinen Weg. Alles, was es braucht, ist eben Raum, um zu wachsen. Und in dem Moment, in dem er das sagt, ist es natürlich klar, ein wunderschönes Foreshadowing, in dem Moment, in dem er das sagt, kommt halt eben die Armourer und sagt, die Verstärkung ist auf dem Weg. Und du weißt schon, okay gut, wer ist jetzt hier wohl das Leben, das auf dem Planeten wachsen wird? Natürlich die Mandalorianer, die zurückkommen. Das ist eine sehr, sehr eine deutliche Spiegelung, aber es hat mir sehr gut gefallen. Und ich fand es sehr schön, dass eben gezeigt wurde, dass es eben unabhängig jetzt von den Mandalorianern und den Feinden auf der Oberfläche und auch unter der Oberfläche, wie es ja dann trotzdem noch gesagt wurde, immer noch Leben und Grün und auch Farmen gibt. Also sie haben ja gesagt, sie haben Lebensmittel gezüchtet, beziehungsweise es muss wohl sowas wie Felder oder sowas geben, die sie angelegt haben, um Pflanzen und Sachen zu ernten, um ja Essen zu haben. Also das fand ich eine faszinierende Vorstellung. Stimmt, weil diese Piraten, die wir ja gesehen haben, die ja Bo-Katan sofort die Troll geschwörten, die müssen ja irgendwas, die können ja nicht einfach nur dadurch verwüstete Lande gezogen sein. Sie müssen irgendwas aufgebaut haben, sie müssen sich wohl irgendwas ernährt haben. Und das war schön, dass da halt wieder ein Schuh draus wurde, durch die Erkenntnis, die wir ja schon vorher hatten. Mandalore ist nicht verloren. Es kann wieder gedeihen und jetzt haben wir sogar schon hier ein Fleckchen Grün, auf dem es bereits funktioniert hat. Das war ja übrigens auch, das fand ich so lustig, aber fand ich amüsant, als sie ja auf diese Piraten eben treffen, war die erste Frage, habt ihr was zu essen? Und ich dachte so, was? Es war nicht die Frage, wer seid ihr? Habt ihr Waffen? Was wollt ihr? Weg mit euch. Nein, die Frage war, habt ihr was zu essen? Und ich dachte so, okay. Ja, das erklärt das natürlich ein bisschen. Gut, aber das war eine kleine Zwischenszene, die ich noch erwähnen wollte, bevor es jetzt eben mit der Verstärkung in den Kampf geht. Feucht! Ja, und wie auch vorher schon, sind die Single-Fights dann doch ein bisschen interessanter, weil man da emotional mehr involviert ist. Ja, es knallt und kracht natürlich zwischen den Mandalorianern und den Troopern, aber wir haben erstmal One-on-One Mando vs. Moth. Und dieses Mal kriegen wir einen richtigen Fight mit den beiden, nicht nur wie vorher in Staffel 2, wo wir praktisch darum betrogen wurden im Finale von Staffel 2. Ja, die beiden teilen ordentlich aus und dann kommen sie. Die coolsten Säue designmäßig, die Praetorian Guards. Ja, dieser Look ist einfach, die sehen immer wieder so beeindruckend. toll, toll, toll. Ja, ja. Ja. Die Stäbe mit dem Summen. Wie fandest du den Kampf zwischen Mando und Moff Gideon? Ich fand, also nur um das kurz von meiner Seite aus zu sagen, ich fand das Mando sehr viel schlechter aus, als ich erwartet hätte. Es liegt vielleicht auch daran, dass es nicht gewohnt ist, gegen SK-Anzüge anzutreten. Und Moff Gideon hat ja einen neuen verstärkten Anzug. Und er hat ja auch in der Zwischenzeit sich wieder regenerieren können. Und wir haben diesen alten Mann ja eigentlich noch nie kämpfen sehen. Ich meine, er hat trotzdem wahrscheinlich eine Menge Erfahrung und ist wahrscheinlich genauso skilled wie etwa ein Count Dooku, den man ja auch nicht ansehen konnte, was er alles drauf hat. Ja, der Fight war cool, vor allen Dingen durch das Eingreifen der anderen. Vor allen Dingen die Grogu-Mando-Dynamik, die du angesprochen hast, die hier wirklich dann super zu tragen kam. Denn Grogu macht genau das, was Mando zu ihm gesagt hat. Er ist mutig in dem Moment. Er schreitet ein. Und so hat Mando sich das bestimmt nicht vorgestellt, als er dann die Aufmerksamkeit der Guards auf sich zieht und ist praktisch ihnen hilflos ausgeliefert. Ja, ja. Und also das war wirklich natürlich, das war echt, das war wirklich eine echte Bedrohung. Also das ist ja einfach dieser Look und wie die dann zu dritt eben auf Grogu zugehen und du siehst schon, oh scheiße, in dem Moment, was wahrscheinlich Grogu durch den Kopf ging. Der ist ja da in seinem Mini-Roboter ja auch nicht unbedingt, ja, der wendigste. Und da fand ich aber ganz interessant, als Mando das sieht, ruft er ja nein und dreht sich um und möchte zu Grogu rennen und ignoriert Morf Gideon in seinem Rücken komplett und total. Also er schmeißt alle Regeln des Kampfes, die man einfach gelernt hat von klein auf über Bord, weil man ja nie seinem Gegner den Rücken zuwenden soll. Ich dachte, was machst du denn? Und das nutzt natürlich Morf Gideon aus und erst lässt er ja so eine Mini-Rakete, feuert er auf ihn ab, die ihn ja wirklich auch echt von den Füßen reißt. Und statt sich dann umzudrehen und sich wieder Morf Gideon zu stellen, rappelt er sich auf und rennt immer noch mit dem Rücken zu Morf Gideon Richtung Grogu, weil er eben Grogu retten will. Und das zeigt natürlich auch die emotionale Bindung, die ein Mando da hat, weil man meint ja eigentlich, dass er genug Erfahrung hat, um in so einem Kampf tatsächlich auch besonnen zu reagieren. Aber in dem Moment, in dem halt Grogu in Gefahr ist, schmeißt er das irgendwie alles über Bord. Und ja, das rächt sich natürlich dann insofern, als dass er dann selber eben also von den Füßen gerissen wird. Und dann dachte ich so, Mensch, also ja, also hat nochmal sehr schön diese kleine eine Wendung. hat nochmal sehr schön eben so dieses emotionale Investment dann natürlich auch gezeigt. Aber wir haben natürlich Gott sei Dank Bokatan, die dann eben mittlerweile sich soweit vorgekämpft hat und dann eben den Kampf mit Morf Gideon übernimmt und zu Mando sagt, geh und kümmere dich um Grogu und ich mache das hier schon mit Morf Gideon. Und dann haben wir natürlich auch wieder den epischen Kampf zwischen Bokatan und Morf Gideon, auf den wir im Grunde auch gewartet haben. Stimmt. Und schon wieder, das kann ich nicht ausstehen bei Star Wars, wirklich. Das ist eine Tradition, die fing an mit Count Dooku und Obi-Wan. Du hattest es mit Vader und Luke. Du hattest es mit Kylo Ren und Rey. Und vor allen Dingen, du hattest es, wie ja schon erzählt wurde, mit Bokatan und Morf Gideon in der Vergangenheit schon mal. Wann hören in diesem Universum endlich die Bösen auf, andauernd die Guten im Kampf zu fragen, ob sie sich auf ihre Seite schlagen wollen? Ah. Nein, das machen die nicht. Aber nein, aber ich finde ja dieses, die handwerklich, diese Spiegelungen an sich, finde ich ja immer sehr, sehr spannend. Und in diesem Fall ist es ja so, wir bekommen ja nicht den gleichen Kampf, sondern wir sehen hier den Kampf zwischen einer sich weiter, einer Bokatan, die sich weiter entwickelt hat. Und du siehst halt auch deutlich, dass sie anders reagiert. Wo sie vielleicht eben in der Nacht der tausend Tränen einfach unbesonnen reagiert hat und gedacht hat, ich bin da heiße Shit und hab hier alles im Griff und so weiter. Und dann feststellen musste, nee, sie ist es eben genau nicht. Und das hat dann im Grunde ja auch zur Vernichtung von Mandalore geführt oder zu dem Zustand, zu dem er jetzt ist. Also diese Arroganz, die einfach in ihr war. Und jetzt sieht man eine Bokatan, die sich deutlich weiterentwickelt hat und die eben gelernt hat, vielleicht die wichtigste Regeln aller Mandalorianer, nämlich zusammen sind wir stärker. Ich kann hier nicht alleine das alles rumreißen und irgendwie nur mit dem schwarzen, mit dem dunklen Lichtschwert bewaffnet alles rausreißen, sondern ich brauche meine Truppen. Ich brauche Leute, die loyal zu mir sind, auf die ich mich verlassen kann und die sich auf mich verlassen. Und das ist hier natürlich gezeigt worden. Du hast halt einen klassischen Redemption-Ark und deswegen auch diesen gespiegelten Kampf natürlich. Und dass der dann positiv ausgeht, das zeigt ja im Grunde, dass die Entwicklung, die sie gemacht hat, richtig ist. Also das ist quasi die Belohnung für die richtige Entwicklung. Spiegelung. Und deswegen haben wir diese Kämpfe durchweg bei Star Wars. Es sind ja immer Spiegelungen, um irgendwelche Entwicklungen auch zu zeigen. Das stimmt. Nur halt, ich will nicht mehr sehen, wie die Bad Guys, die Good Guys fragen, ob die sich auf ihre Seite schlagen wollen, wenn die Motivationen klar definiert sind. Ja, in dem Fall ist es aber so, ich fand interessant, dass Moff Gedeon einfach mal so das dunkle Lichtschwert einfach mal kaputt gedrückt hat. Das war, weißt du, es wird ewig viel Trara gemacht um dieses Lichtschwert und hier und Hick und Hack und epische Clan-Fights und whatever. Und dann kommt da Moff Gedeon und macht einmal so wie so eine Dose, weißt du, wie so eine Bierdose, so einmal zack ist er kaputt. Und ich dachte nur so, what the fuck? Also das sind diese einfachen Lösungen, wo man sich denkt, Leute, da hätte ich mir mehr erwartet. Kreativere Schreibe eben. Es geht nicht nur darum, du hättest doch irgendwie erwartet, dass es anders gefertigt als andere Lichtschwerter. Das kann man nicht so leicht kaputt machen. Das wirkt irgendwie wie eine heilige Waffe. Irgendwas ganz Besonderes, was sich nicht so leicht demolieren lässt. Ja. Und dann zerquetscht er es und es liegt da und das war's. Ich meine, es kann natürlich nicht so sein, dass es unmöglich ist, ein Neues anzufertigen. Okay, man braucht ja praktisch nur einen neuen schwarzen Küberkristall. Also vielleicht ist es wirklich kein Akt, da Neues zu machen und Bo-Katan hat irgendwann ein Neues. Aber ja. Vielleicht sollte es auch einfach nur nochmal zeigen, dass einfach die Waffe wirklich nicht das Entscheidende ist. Denn das ist ja immer das gewesen, alle stellen sich nur hinter Bo-Katan, wenn sie dieses Lichtschwert hat. Also das Lichtschwert war immer so das Symbol, das war wichtig. Und hier wird vielleicht auch einfach noch gezeigt, nee Leute, es ist nicht das Lichtschwert, das wichtig ist. Sondern wir sind es, die wichtig sind und die entscheidend sind, um den Sieg davon zu tragen. Und das ist ja genau das, was wir hier sehen. Bo-Katan sagt, Mandalorianer sind zusammen stärker. Und dann ist es ja auch der geballte Zusammenschluss von ihr, Mando und auch Grogu tatsächlich mit Hilfe der Macht, die dann Moff Gideon schlägt. Denn alle drei zusammen kämpfen gleichzeitig gegen Moff Gideon. Und so stark er ist mit seinem Extra-Suit und so weiter. Das ist dann doch zu viel. Und dann kommt natürlich noch die Kombination hinzu mit Ex-Woof, der in der Zwischenzeit mit dem abstürzenden Kommandoschiff, das brennt, eben auf die Kommandozentrale von Moff Gideon zufliegt und da eben reinfliegt und alles explodiert und in Flammen aufgeht. Und ach, wie praktisch, was für ein tolles Timing, das natürlich dann Just Moff Gideon auch erwischt und er dann in dieser Explosion in einer Feuerwalze sich auflöst. Ich meine, das ist schon spektakulärer Tod. Ja, wenn es denn endlich der Tod ist. Du kennst die Regeln. Der hat überall seine Klonen verteilt. Ja, ja, ja. Also ich würde sagen, nein. Das ist das Ding. Würde man ihn einfach wieder abführen, würde ich sagen, okay, wir sehen ihn wieder. Jetzt hast du den Tod der Klone, du hast dieses Feuer, aber die übliche Regel gilt. We have not seen a body. Ja, das stimmt schon. Wenn wir es nicht hundertprozentig gesehen haben. Ich wäre jetzt aber auch dafür, so toll der auch ist, es wäre wirklich mal dafür, jetzt das zu Ende mitzubringen mit dieser Figur. Ja. Weil die Serie wird schon von der Schreibe her genug gerügt und da kann es einfach nicht sein, dass man sich sagt, das ist unser Big Bad, den wir am Ende von jeder Staffel immer und immer wieder auspacken. Das muss es jetzt wirklich mal gewesen sein mit ihm. Ja. Ja, das stimmt. Und die, es geht, er geht in Flammen auf. Das ganze Loch geht in Flammen auf. Gru macht den Forcefield-Trick und schützt alle. Ja, aber es ist auch toll. Optisch. Wow. Ja. Du hast wieder diesen Moment, wo, wo in all dem Chaos und dem Krieg ein Augenblick der Schönheit entsteht. Auch wie der der Score an der Stelle anschwillt und die beiden gucken einfach nur völlig voll verwundert, während das Feuer über sie gleitet. Ich finde das immer schön, dass man diese Momente besonders hervorhebt, wenn Grogu die Macht benutzt, weil es ihm ja auch sehr viel abverlangt. Wobei ich finde, dass man deutlich sehen kann, dass Grogu tatsächlich Fortschritte gemacht hat in der Art und Weise eben, wie er kämpft und wie er auch mit der Macht umgeht. Wir wissen ja, er hat ja quasi bei Luke, ist er ja in die Schule gegangen und er muss natürlich noch ein bisschen üben, klar. Und man merkt auch, dass er fitter ist mit der Macht. Also er fällt nicht gleich in Ohnmacht, nachdem er die Macht benutzt hat, wie er jetzt in Staffel 1 ja das Ganze hatte. Man merkt also die Übung und man merkt auch, finde ich, auch in dem Kampf gegen die Praetorian Guards, wobei das ja in dem Sinne kein Kampf war, sondern er ist ja mit Hilfe der Macht eben da über die Lichtinstallation gehüpft, was natürlich so ein bisschen Comic Relief sein sollte, denke ich mal. Aber er hat ja dann auch immer wieder zum Beispiel auch Waffen zur Seite geschleudert und hat dann eben auch Mando geholfen und Bukatan geholfen und so weiter. Und man sieht deutlich, dass er da einen Fortschritt gemacht hat. Das finde ich schon. Natürlich ist man nicht von heute auf morgen gleich irgendwie ein perfekter Jedi. Also man muss schon üben. Aber dass sich da was geändert hat, das ist schon, ja, das ist schon, finde ich, sehr, sehr deutlich. Stimmt, das ist eine Kleinigkeit, die mir gar nicht aufgefallen ist. Er war dieses Mal nicht vollkommen erschöpft, nachdem er die Macht nutzt. Er hat sich dann hingesetzt, das fand ich sehr lustig. Also er war schon ein bisschen, pfff. Aber so grundsätzlich merkt man schon, dass da jetzt, also das in die richtige Richtung geht. Und wenn er noch ein paar Jahre trainiert, wer weiß. Ich meine, wenn man sich überlegt, er ist jetzt, was ist er denn jetzt? Er ist, glaube ich, paar und... Er ist 50 Jahre alt. 50, genau. Und hatte nicht irgendwie Yoda mit paar und 50 angefangen, seine Ausbildung als Jedi zu machen irgendwie? Also so um den Dreh rum. Also er ist noch in einem sehr, sehr jungen Alter. Also er braucht noch ein paar, ich würde behaupten, Jahrzehnte, bevor er soweit ist. Aber gucken wir mal. Er geht ja jetzt durch die rigorose Mando-Schule. Ja. Da darf er ja üben. Nach diesem Klimax und nachdem die meine Lorianer gewonnen haben, macht diese Episode ein bisschen auf Der Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs. Im Sinne von, wir haben 5, 6, 7, 8 Enten. Also das fand ich schon ganz probisch so. Ich liebe das aber. Aber es war schon ehrlich so. Und dann war es das. Nein, und der Handlungsbogen und der Handlungsbogen. Das war wirklich so. Was ist das denn auf einmal? Diese Episode hat 5, 6, 7 Enten und kommt nicht zum Schluss. Das stimmt zwar, aber ich fand es gut, dass einfach hier bestimmte Handlungsstränge auch zu Ende erzählt worden sind. Wir haben auch noch bestimmte Handlungsstränge, die offen geblieben sind, klar. Aber bestimmte Sachen sind einfach zu Ende erzählt worden. Und das hat in mir so eine Zufriedenheit ausgelöst, dass ich dachte, ja, hier ist wenigstens ein Teil einfach abgeschlossen worden. Und dazu gehörte eben auch, also zum ersten jetzt natürlich die epische Szene, wo sich glaube ich alle drüber gefreut haben, bei den Living Waters. Also wir sehen zum einen ja natürlich, ich glaube Rangnari heißt er, also der Sohn von... Ach, ich vergesse mal wie... Ja, dieser Name, der macht mich, man weiß auch nicht, warum der mir heute irgendwie entflieht. Aber genau, der Sohn eben von ihm, der den Eid ablegt, also zum Mandalorianer wird. Bei den Living Waters eben. Und ich musste auch ein bisschen schmunzeln, weil ich dachte, Gott sei Dank hat jemand der Armourer gesagt, dass sie nicht weiter reinläuft, nicht, dass sie dann auch in dieses Loch fällt. In das, in das Mando gefallen ist. Ah, das wäre es gewesen. Und dann haben wir natürlich aber auch eben diese Szene mit Grogu, dass Mando dann eben sagt, er ist kein Foundling mehr, sondern jetzt, er ist also kein Findelkind mehr, sondern er soll zu meinem Lehrling werden. Das ist also ja der nächste Schritt in dieser, ja, hierarchischen Ausbildung, die ja die Mandalorianer durchlaufen. Und dann haben wir ja wieder das Problem, dass eben die Armourer sagt, ja, aber solange er den Eid nicht ablegen kann, also sprich, solange er nicht sprechen kann, kann er auch nicht dein Lehrling werden. Offensichtlich gehört es also dazu, dass man eben diesen Eid dann ablegt. Und dann sagt er, ja, aber wenn seine Eltern einwilligen würden, würde es dann gehen. Und dann sie natürlich... Hast du an dieser Stelle ganz kurz dann die Vermutung gehabt, wie ich, dass du denkst, oh, in der nächsten Staffel suchen wir also Grogu's Familie, machen wir eine Reise zum Familienstammbaum? Ganz kurz. Ganz kurz, habe ich auch gedacht, darum geht es also als Nächste. Wir suchen Mama und Papa Grogu. Wirklich? Aber nein, das wird sofort wieder ad acta gelegt, denn was Mando dann sagt, fand ich wirklich sehr schön. Ja, das war auch echt schön, dass er dann eben nämlich gesagt hat, ja, also dann, weil die Armourer sagt ja dann, nee, wir wissen ja nicht, wo seine Eltern sind, ob sie überhaupt noch gibt. Die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, ist sehr groß, dass es sie nicht gibt, sonst wäre er vielleicht auch nicht bei den, also im Jedi-Tempel, na gut, okay, da müssen die ja eh von ihren Eltern weg. Aber nichtsdestotrotz, hieß es, meinte ja dann Mando eben, ja gut, also wenn das so ist, dann adoptiere ich ihn und nehme ihn als meinen Sohn an. Und dann dachte ich so, oh, nein, es war schön, es war was fürs Herz. Ja, und dann eben, ja, dann hat er ihn eben als seinen Sohn angenommen und daraufhin konnte ja dann eben er als Elternteil, als Vater sagen, gut, ich möchte, dass er mein Lehrling wird, füge ihn zum Lied hinzu. Und das finde ich auch sehr schön, dass die Mandalorianer sind ja eine, ich finde, eine sehr interessante Truppe und ich kenne mich ja tatsächlich mit den Mandalorianern wenig aus. Ich weiß also gar nicht so viel über deren Kultur und außer, dass sie eben, ja, Beskar-Armer haben und ja, offensichtlich haben wir jetzt hier auch ganz viel natürlich noch in dieser Staffel gelernt, von wegen die Schmiede ist das Herz der Mandalorianischen Kultur etc. etc. Aber man fragt sich natürlich auch, wie die so viele Jahrzehnte im Exil überlebt haben und einfach kulturelle Dinge beibehalten haben. Und da ja jetzt Mando gesagt hat, füge ihn zum Lied hinzu, das fand ich sehr spannend, weil es offensichtlich viel durch Gesang weitergegeben wird. Also und das kennt man ja von Zivilisationen, die vor allen Dingen mündliche Überlieferungen haben, nicht so viel schriftliche. Dass da eben viel durch Liedergesang traditionelle Riten, die vielleicht auch mit Liedern verknüpft sind, weitergegeben wird. Und das ist bei denen halt auch so. Also die haben ja offensichtlich ganz deutliche Riten, denen sie da folgen. Zumindest bei The Children of the Watch. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Also ich würde gerne mal einfach mal dieses Lied hören. Ehrlich gesagt. Ja. Ja, die singen zu hören, ich weiß nicht. Also das müsste, das könnte ganz schnell komisch werden, aber je nachdem, wie das Lied klingt, so. Ich hab da mehr so eine Vorstellung, ich hab da mehr so eine Vorstellung wie, ich weiß nicht, ob du das kennst, so wie am Ende von Enemy Mine, weißt du? Wo die dann, wo der da ja dann quasi seinen Stammbaum zitieren muss im Gesang mit allen zusammen auf dem ganzen Planeten. So hab ich das eher so, so ein Gefühl hab ich da eher, wenn ich so an Dara denke. Aber gut. Ja, es wird ein Lied, es wird ein Lied sein, so wie die Zwerge in der Hobbit, nehme ich mal an. Wenn sie so die Köpfe senken und dann ist es was ganz Irrvolles und Ehrfürchtiges. Vielleicht werden wir es ja mal singen hören. Was sagst du dann dazu, dass Grogo jetzt offiziell Mandos Sohn ist? Er heißt ja jetzt auch Din Grogo. Oh ja, das war toll. Da ging einem echt das Herz auf. Noch einen Namen hinzubekommen. Ich finde, er war ja schon irgendwo immer sein Sohn. Dass man da jetzt halt einen offiziellen Titel verliehen hat. Okay, dann kann er ihn jetzt unterweisen und so weiter. Aber da wurde halt praktisch nur mal das gestärkt, was ja seit The Book of Boba Fett deutlich ist. Die beiden werden nicht mehr getrennt. Dass man jetzt sofort diese Idee verworfen hat, Grogos Eltern zu suchen, war klar, weil die beiden, die Fanbase wollen die beiden zusammen sehen. Sie mögen deren emotionale Verbindung. Sie mögen die beiden als Duo. Und deswegen hat man einfach gelernt von dem Fehler des Staffel-2-Finales, das so sehr nach endgültigem Finale aussah und dann sofort revidiert wurde. Und da hat man sich gedacht, ja gut, wir werden nicht mehr ein Szenario schaffen, in dem sich die beiden voneinander verabschieden müssen. Wir werden diesen Bund jetzt sogar noch offiziell bestätigen und stärken, weil das ist das Herz und Seele der Show. Und deswegen, ja, gut, dass sie in die Richtung gehen. Und du hast es gesagt, achso, ja, bitte. Ja, und dann, nein, fahr bitte fort. Ich wollte eigentlich im Grunde, glaube ich, auch wie du jetzt einfach fortsetzen. Ich wollte sagen, dann haben wir unsere verschiedenen Enden. Also wir haben noch einen kleinen Verweis auf den Mythosaurier. Wir haben also dann Grogu, der in dieses Wasser rein starrt und ich weiß nicht, mit der Macht oder whatever auch vielleicht kurz mal ein bisschen vorfühlt. Auf jeden Fall, offensichtlich gibt es diesen Mythosaurier, der in den Living Waters lebt. Und ich denke, der wird mit Sicherheit noch in der nächsten Staffel eine Rolle spielen. Denn wir wissen ja, es gibt definitiv noch eine Staffel 4. Dann haben wir natürlich die Mandalorianer, die offiziell zurückgekehrt sind auf ihren Planeten und jetzt die große Schmiede wieder entzünden. Also das Herz der mandalorianischen Kultur. Und da finde ich es natürlich immer so schön. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal gesagt, wenn die so ihre Unterarmer gegeneinander klinken, um quasi sowas wie Applaus zu spenden. Also das klang schon sehr, sehr toll. Und sie sind zurück, verdammt nochmal, die Mandalorianer sind zurück auf Mandalore. Und es ist schon ein tolles Gefühl. Also es war schon super. Ja, wie die das Feuer entzünden und dann da zusammen für Mandalore. Das war schon was sehr Erhabenes. Nur kurz danach hatten wir ja noch eins der sieben, acht Enden. Und dann dachte ich mir so, okay, da kommt mal wieder diese wirklich klasse, ausbalancierte und durchgeplante Schreibe von Favreau und Co. zum Vorschein. Ich fand das nicht so schlimm. Ja, aber erstmal ernsthaft. Du hast diesen Sieg über die Piraten auf Navarro. Und du hast diese herzliche Szene, wo Greef Karga denen sagt, Und die Hälfte von Navarro vom Fluss bis zur Schlucht gehört jetzt dem Volk von Mandalore. Ja, wir brauchen es nicht. Wir haben unseren Planeten wieder. Danke sehr. Das war jetzt wieder komplett für die Katz. Also endlich. Aber deswegen fand ich gut, dass wir da wirklich auch ein Ende bekommen haben für diese Storyline. Denn das Ende ist ja jetzt so, dass Mando ja zurückkehrt zu Navarro und dort eben ein eigenes kleines Häuschen bekommt. Eine eigene kleine Karte. Und dort eben dann für sich trotzdem ein Zuhause findet. Denn wir erfahren ja, dadurch, dass GroKo jetzt sein Lehrling ist, muss er eben auf Wanderschaft gehen. Wie wir das ja auch kennen. Keine Ahnung, hier von Handwerkern, von Zimmermännern oder so. Die eben die entsprechenden Wanderjahre zurücklegen müssen, um dann, also zumindest heute ist es nicht mehr ganz so, aber teilweise noch, aber die dann eben ihre Wanderjahre zurücklegen müssen, um dann am Ende ein vollwertiger Meister zu sein. Und so war es für ihn, also für den Jaren selber mit seinem Meister. Und so ist es dann jetzt auch für GroKo. Interessanterweise ist hier die Struktur der mandalorianischen Hierarchie und Kultur gar nicht so viel anders als die der Jedi. Eben, die auch ja Meister und Padawan haben. Und die ja auch im Grunde so eine Art Lehrjahre oder Wanderjahre haben. Das hat man ja ganz deutlich gesehen, auch zwischen, ähm, bei Obi-Wan Kenobi und, ähm, nach, äh... Hannigan? Ja, genau. Ja. Und, äh, also, ja. Und dann haben wir hier halt, äh, Mando, der zu Käpt'n Tewa nochmal geht und... Ja, richtig, wir sind nochmal in der Pilotenbar. Genau. Und da... Ja. Habe ich dann, da habe ich dann das Gefühl, vielleicht haben wir hier einen leichten Vorgriff in Richtung Sequel-Trilogie. Vielleicht. Mando sagt ja jetzt, ich bin ja jetzt ein Independent-Contractor, aber ich mache jetzt nicht mehr so gefährliche, äh, äh, Kopfgeldjäger-Jobs, weil ich ja jetzt jeden Tag, bring deinen Sohn mit zur Arbeit, Tag habe. Und, und er sagt zu Käpt'n Tewa, ich bin gewillt, Aufträge bezüglich Schutz und, ja, Schutz und Verteidigung für die Neue Republik zu leisten. Ähm, unter der Hand. Da war ich auch überrascht. Ich dachte so, was für die Neue Republik? Das war ja auch die Realität von Käpt'n Tewa. Aber er sagt ja wirklich, ja, ich suche mir die Aufträge aus. Aber ich finde nicht, dass er sagt, er kann nicht mehr, er kann nicht mehr als Bauti-Hunter arbeiten, sondern er sagt ja gezielt, nein, nein, ich bin Bauti-Hunter, ich muss ja in meiner Profession irgendwie überleben. Nur brauche ich dann eben vielleicht, nehme ich ausgesuchte Jobs eben nur noch an. Und das konnte ich so vertreten. Und ich meine, in erster Linie, es ist ja tatsächlich so, Mando ist ja so ein bisschen immer so ein Spielball zwischen allen Mächten. Also eigentlich ist er ja völlig unwichtig, so als einzelne Person. Aber trotzdem, deswegen ist es auch egal, für wen er arbeitet. Also er ist sich selber der Nächste. Und dann ist es auch Schnurz, ob er für die Neue Republik oder sonst wen arbeitet. So war das ja auch schon am Anfang in der ersten und zwar in der zweiten Staffel auch schon. Das war immer egal. Hauptsache, er hat am Ende halt die Bauty, also das Geld am Ende abkassiert. Und so ist es auch jetzt wieder, nur eben nicht mal ganz so kopflos aufgrund von Grogu. Und weil er auch einfach viel dazugelernt hat, bestimmte Werte, die ihm klar geworden sind. Er hat ja nun mal, er sagt ja jetzt nicht mehr, ich mache alles, solange das Geld stimmt. Sondern er hat ja auch moralisch und ethisch sich in diesen drei Staffeln schon verändert und einen, no pun intended, Weg gefunden. Aber ich denke einfach, dass das ein Vorgriff sein könnte. Ja, ich denke auch. Ja, weil wenn Mando wirklich im Dienste der Neuen Republik agiert, was ist denn dann das Nächste, was passieren kann? Er schließt sich dem Widerstand an, wenn die erste Ordnung richtig in Kraft tritt. Ich meine, jetzt haben wir ja den Klone-Plot komplett aufgelöst und wir merkten, das hatte überhaupt nichts mit der Sequel-Trilogie zu tun. Aber Mando, der sich der Neuen Republik annähert, könnte vielleicht was in der Richtung sein. Vielleicht lernt er ein paar Leute kennen, die den Widerstand aufbauen, wenn die erste Ordnung eine Rolle spielen sollte in Staffel 4. Wer weiß das schon so genau. Aber ja, ich will irgendwie die damit aufführen, ständig irgendwie Bezüge zur Sequel-Trilogie herzustellen. Ich weiß nicht, warum ich es damit so sehr habe. Theoretisch. Theoretisch haben wir auch immer noch den Plot, also diesen Beskar-in-der-Wand-Plot vom Schiff, von dem Moff Gideon angeblicher entführt, gerettet, whatever wurde. Ich glaube, das hat sich jetzt erledigt, weil meines Erachtens nach der Moff Gideon dahinter stand, um die Mandalorianer und die Neue Republik gegeneinander aufzuhetzen. Aber da haben wir bisher auch noch keine Lösung bekommen. Also vielleicht steckt da ja auch noch irgendeine andere Story dahinter. Das könnten auch schon im Vorab diese Trooper gewesen sein. Ah nein, er wurde ja befreit und danach hat er, glaube ich, doch erst auf Mandalore diese Basis errichtet und seine Gefolgschaft mit den Beskar-Rüstungen ausgerüstet. Stimmt. Also so gesehen ist das auch noch nicht konkret beantwortet. Aber wir werden sehen. Wenn es denn überhaupt noch beantwortet wird. Nichtsdestotrotz, nachdem wir ja in dieser Bounty Hunter Bar oder in dieser Bar waren mit Käpt'n Thea, da nehmen wir ja dann auch noch den Kopf von dem Assassin-Droid mit, um dann daraus einen Sheriff zu basteln für Nevarra und für Nevarro. Und so als kleines Dankeschön ihn dann quasi den Nevarianischen Bürgern zu schenken. Und da bekommt er dann eben ja auch sein kleines Häuschen. Und am Ende ist wirklich Ende gut, alles gut. Da sitzt dann eben Din Djarin vor seinem Haus, die Füße hochgelegt, lässt es sich gut gehen, während Grogu dann an einem kleinen Teich sitzt, wo ich noch dachte, Moment, ein Teich? Ich dachte, das wäre ein Wüstenplanet. Aber nichtsdestotrotz da mit der Macht und einem kleinen Frosch spielt. Ich dachte erst, am Ende frisst er ihn, aber er lässt ihn dann nur noch ins Wasser fallen. Und es ist so ein bisschen heile Welt am Ende. Es fühlte sich auch so ein bisschen an. Natürlich ist es ja auch Absicht, so ein bisschen Western-mäßig. Weißt du, so am Ende, wenn so ein Western dann endet mit Happy End und es hätte nur noch gefehlt, wenn dann so das Bild so schwarz wird und am Ende nur noch so ein Kreis übrig ist, weißt du? Wenn das so von außen so zugeht. Also es war alles... Das haben sie doch gemacht. Ja, es war alles sehr, sehr happy endig. Und ja, ich weiß nicht, ich bin so ein bisschen hin und hergerissen. Auf der einen Seite hatte ich viel Spaß mit diesem Finale. Ich finde, es war ein wirklich solides Finale. War es ein großartiges Finale? Nein. Aber es war solide und es hatte wirklich ein paar schöne Momente. Vor allen Dingen eben gerade, finde ich, auch die Grogo-Momente mit dieser Feuerwalze, als Grogo da zum Beispiel sein Schutzschild hochfährt, um die da zu schützen. Oder auch der gemeinsame Kampf gegen Moff Gideon und so weiter. Und dann natürlich die Mandalorianer, die am Ende ihre Schmiede entzünden. Und natürlich die Adoptionsszene. Also meine Highlights waren tatsächlich die Grogo-Mando-Szenen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Da ist halt, ja, das ist Fanservice, aber mich kriegt das. Ja, mich natürlich auch. Aber das Finale von allen Staffeln hat in erster Linie immer auf Action gesetzt und weniger auf neue Plotentwicklungen. Von daher war es für mich auch zufriedenstellend. Denn ich hätte, wie ich am Anfang der Besprechung gesagt habe, ich hätte wirklich mit einem richtig fiesen Cliffhanger gerechnet, der uns so richtig hängen lässt in der Luft. Mhm. Und wir abwarten müssen, wie sich das auflöst. Aber, dass man hier alles so gefällig aufgelöst hat, war schön. Denn es wurde ja gesagt, was Griffhanger zu ihm gesagt hat, du kannst dich hier in deinem kleinen Häuschen niederlassen und pausieren zwischen deinen Abenteuer. Genau. Und das ist halt schön, dass du hast dieses zufriedenstellende Ende, aber halt, du bist nicht mehr gebunden an irgendwelche Plots, die noch unbedingt aufgelöst werden müssen. Und jetzt ist praktisch alles möglich, was Mando als nächstes passieren kann. Und das ist wirklich nett. Aber, und das ist das große Aber, das ich hier habe. Also, beziehungsweise zwei Aber. Erstens, eigentlich, ganz ehrlich, für mich hätte dann jetzt auch The Mandalorian komplett hier enden können. Ich wäre zufrieden gewesen, wenn jetzt hier mit dieser dritten Staffel ein komplettes Ende gewesen wäre. Ich freue mich über jede weitere Staffel, die wir kriegen. Also zumindest Staffel 4 ja offensichtlich noch. Und wir können uns auch ungefähr denken, worum dann wohl Staffel 4 sich drehen wird. Aber grundsätzlich fand ich das jetzt so zufriedenstellend und für mich sind genug Plotpoints aufgelöst worden, dass das mir gereicht hätte. Also ich wäre da zufrieden rausgegangen aus dem Fandom, in Anführungszeichen. Aber, und das ist das große Aber, im Grunde sind wir jetzt am Ende von Staffel 3 wieder genau an der Ausgangsstelle, an der wir in Staffel 1 waren. Denn Staffel 1 war ja eben die epische Reise von Mando und Grogu durch das Universum von Abenteuer zu Abenteuer. So ein bisschen wie eben Lone Wolf und Kids. Also so ein bisschen eben der Meister mit seinem Lehrling. Und jetzt sind wir da wieder genau, genau an der gleichen Stelle. Und da frage ich mich halt, ja gut, was will dann Staffel 4 noch erzählen? Im Grunde erzählt Staffel 4 dann nichts anderes als Staffel 1 auch noch, also auch schon erzählt hat, nur eben ohne die Jagd auf Grogu. Weißt du, was ich meine? Ja, die Frage, du darfst das ja nicht isoliert sehen. Die Frage ist, wird der Plot von Ahsoka da eine Rolle spielen? Ja, natürlich wird eine andere Show, die noch in Zukunft eine Rolle spielen. Und du darfst ja nicht vergessen, der auf der Star Wars Celebration angekündigte Film, den Dave Filoni machen wird, wo er die kompletten Storylines aus dem Mando-Verse zusammenführen wird. Wir bekommen ja einen Avengers-Style-Kinofilm in den nächsten Jahren. Mit Mando, mit Boba Fett, mit Ahsoka, mit allen drum und dran, der dann wirklich das alles zusammenführen wird für ein konkretes Ende. Also von daher, es fühlt sich so an, klar, aber wir wissen, da kommt noch so einiges. Und ich finde es in Ordnung, dass man ihm jetzt hier so eine Verschnaufpause gönnt, weil man hat ja nun mal noch was Großes geplant, wenn das Ganze in einem Kinofilm münden wird. Von daher, schauen wir mal. Gut. Ja, Britt-Marie, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du das hier wieder mit mir gemacht hast. Sehr gerne. Ich hatte also, wie gesagt, auch sehr viel Spaß an dem Finale und unseren Gesprächen sowieso immer. Ja, ich bedanke mich dann auch bei allen fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei allen, die hier mitgewirkt haben bei diesem Recap-Projekt. Ihr wart alle mit Leidenschaft bei der Sache und so muss das auch sein. Aber das ist nicht die letzte Episode hiervon. Es wird noch ein Staffel-Recap geben im Laufe dieser Woche und natürlich auch im August Recaps zu Ahsoka und so weiter und so fort. Wir bleiben euch natürlich auf dieser Ebene erhalten. Also, der Krieg ist die Schlacht ist gewonnen, der Krieg natürlich nicht. Möge die Macht mit euch sein, das ist der Weg und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.